Und was ist jetzt eigentlich das Follow-up? Du setzt dir ein Ziel und am Ende des Tages ist es ja meistens so, dass du selber weißt, was das Richtige zu tun wäre. Es ist meistens tatsächlich so, dass der Mensch so ein eingebautes System hat, nämlich das Gehirn, das er benutzen kann. Und er weiß ganz genau, hey, wenn ich abnehmen möchte, dann sollte ich jetzt nicht Fastfood essen, dann sollte ich jetzt nicht vielleicht diese Süßigkeiten essen, dann sollte ich jetzt vielleicht nicht das Training skippen, also nicht zum Training gehen. Und komischerweise, ich kann es kaum nachvollziehen, die meisten machen es dann trotzdem. Sie wissen selber faktisch, hey, das ist eine schlechte Entscheidung, die ich jetzt treffe. Die wird mir nicht helfen, mein Ziel zu erreichen, machen es aber trotzdem. Und damit musst du einfach aufhören. Du musst einfach von heute auf morgen mal erkennen, dass du damit nicht vorankommen wirst. Denn dieses System, nämlich dich nicht an deine eigenen Regeln zu halten, die nicht deinem Ziel dienlich sind, die Aktivitäten zu machen, die nicht deinem Ziel dienlich sind, die musst du einfach abschalten. Das bedeutet, dass du dir selber gegenüber beharrlich sein musst, du musst quasi dich selber coachen und dir sagen, hey Markus, wenn du das jetzt machst, wirst du dein Ziel nicht erreichen. Das heißt, diese Beharrlichkeit ist ein innerer Dialog, in dem du dir eigentlich klar machst, hey, warte, das ist jetzt das Falsche zu tun und ich weiß eigentlich, was das Richtige zu tun wäre. Und du zwingst dich selber einfach, dieses Richtige zu tun. Wie oft hast du selber vor der Entscheidung gestanden und gewusst, hey, ich wüsste, eigentlich müsste ich jetzt noch diesen Interessenten anrufen, ich müsste ihm noch was anbieten, ich müsste ihm noch was verkaufen, weil er mir vielleicht gerade ein Käufer-Signal gegeben hat, aber dachte mir so, hey, pass auf, komm, ich mache das morgen. Oder eigentlich, der Interessent, der möchte jetzt ein Angebot haben, eigentlich müsste ich ihm das jetzt schicken, aber reicht ja, wenn ich das morgen mache und morgen erledige. Was du heute kannst besorgen, das Verschiebe steht auf morgen sinngemäß. Bedeutet, du weißt eigentlich faktisch, was zu tun ist, du weißt auch, was notwendig ist, um dein Ziel zu erreichen, aber du machst es einfach trotzdem nicht, weil du eben nicht in der Lage bist, dir selber zu sagen, hey, wenn du dein Ziel erreichen willst, wenn du nicht in der Lage bist, dir selber nachzufassen, dein Ziel, was du dir gesetzt hast, dich daran zu erinnern, was du machen wolltest, dich daran zu erinnern, was du erreichen wolltest, und einfach konsequent zu sagen, nein, Markus, oder nein, XYZ, ich weiß nicht, wie du heißt, das Video richtet sich ja an tausende Menschen, nein, es ist jetzt nicht der richtige Weg, diesen Schritt zu gehen. Sondern du musst das tun, was deinem Ziel dienlich ist und genau das machst du jetzt. Du musst das tun, Vielen Dank.